Wir sind die Zukunft. Wer seid ihr? Titeln die Leute, die aus den Kitas kommen und die Kinder. Und es stimmt. Kinder sind unsere Zukunft. Und die brauchen die bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung. Dafür treten 8600 Kitas der freien Wohlfahrt an. Der Caritas, der Diakonie, der AWO, des Deutschen Roten Kreuzes und der Parität. Gemeinsam wollen wir eine Zukunft gestalten und brauchen dazu Überbrückung. Wir brauchen jetzt finanzielle Mittel, damit die Träger nicht auf der Strecke bleiben. Schon Ende 2023 werden 10% aller Kitas Schwierigkeiten haben, ohne Defizite auszukommen. Wir können nicht 18 Monate warten, bis 11% Tarifsteigerungen refinanziert werden. Wir brauchen einen Ausbau, wir brauchen Qualität der Kitas und wir brauchen sie jetzt. Die Kommunen mit der Hälfte von 500 Millionen Euro. Dazu müssen antreten, das Land Nordrhein-Westfalen. Mit doppelt so viel, wie sie uns bis jetzt versprochen haben. Nämlich mit 200.000 Euro. Und die restlichen 10% stemmen wir als Träger selbst. Treten Sie ein, nach dem 19.10. dieser überwältigenden Organisation und Demo mit 15.000 Teilnehmenden am Landtag in dezentralen Organisationen weiterzumachen. Treten Sie unserem Bündnis bei. Herzlichen Dank.